Kommen wir jetzt mal zu deinem Strafbefehl, der ist dir zugestellt worden, acht Monate Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, für ein Video, was du hochgeladen hast, in dem Video geht es wohl um Annalena Baerbock. Ja, so wie ich dich kenne und so wie die Welt da draußen dich kennt, betrachtest du diesen Strafbefehl sicherlich als Chance, oder? Absolut, also ich habe diesen Strafbefehl erst nicht ernst genommen, kann den auch immer noch nicht ernst nehmen, aber wer mich kennt, der weiß, dass wenn man mir natürlich so eine Vorlage liefert, ich durchaus dafür bekannt bin, dass ich diese Vorlage auch angemessen verwandle. Es wird auf jeden Fall eine große Show werden und ich freue mich jetzt schon, den Gerichtssaal zu füllen, wie auch das Gerichtsgebäude und den Vorplatz. Ja, so wie auch das Gerichtssaal zu füllen, wie auch das Gerichtssaal ist. Ja, so wie auch das Gerichtssaal ist.